heute mal ein kleiner tipp den wahrscheinlich jeder zweite sowieso schon kennt wenn man bei einer laterne hier am besten weiter oben davor tritt oder die kuhlen schlagen davor dann geht die aus davor schlagen geht die aus dagegen schlägt dann geht die aus bzw die kuhlen schlagen natürlich davor da geht die aus